So, das ist also der berühmte Name, Sue, von dem alle reden. Mann, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar, Uncle Sam investiert sicher gerne eine Milliarde, um deinen Hintern zu retten, Johnson. Wenn ich so einen Anzug hätte, würdest du's Maul nicht so weit aufreißen. Dann würde ich dir die Fresse polieren. Das würde ich gern sehen. Okay, Jungs, wir sind über dem Kampfgebiet. Da unten stehen eine Menge Flugabwehrgeschütze. Ich werde bei dem Gebiet kreisen und Gegenmaßnahmen abfeuern, bevor wir landen. KVA macht uns fertig, Mann. Diese Mistkerle sprengen die Anhöhe in Stücke. Zieh deinen Kopf ein, sonst ist er ab. Warum zum Teufel lachen wir dann hier? Ganz einfach, weil Granaten seltener treffen als die Flugabwehr. So, ich fliege jetzt zurück, Jungs. Der Hoffen ist immer noch zu heiß. Viel Glück da draußen. Verdammt, hätte ich doch nur so einen Anzug. Hast du aber nicht. Nur ich hab den. Und Psycho ist wieder da. Hey, shit. Was geht denn hier bitte ab? Wieso haben wir jetzt wieder eine Scar? Äh? Wait, what? Ach so, nein, gegen Scar austauschen. Okay, ab dafür, oder? Leute, was los? Ab dafür! Ab dafür! Was geht hier eigentlich für Krieg auf einmal ab? Warum, warum ist die Insel, warum ist die jetzt eigentlich, warum ist hier so Krieg eigentlich? Heftig. Ja gut, Amerikaner sind eingetroffen, alle, ne? Gegen Koreaner halt jetzt. Heftig, Mann, heftig. Ja, wir sind doch schon da. Ich bin keiner leider, obwohl ich sehr gerne Sanitäter spiele. Ich hab mich gerade richtig angesprochen gefühlt. Weil zum Beispiel in Battlefields bin ich sehr gerne Sunny. Und rette Leuten das Leben einfach. mit entweder Medikit oder Dings. Defi. Alter, was da abgeht. Nomad, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Koreaner haben im Hafen Fluggabwehrgeschütze. Unsere Jets kommen nicht ran. Irgendwas stört unser Radar. Wir müssen die Fluggabwehr ausschalten, damit unsere Maschinen landen können. Klingt nicht allzu schwierig. Dö. Wollen Sie den Job? Sie haben ihn. Danke. Ich wurde befördert. Na dann, unsere Aufgabe ist Flugabwehrschutz. Sofort zerstören. Sichern Sie den Luftraum für unsere Bomber. Neutralisieren Sie feindliche Flugabwehr. US-Truppen haben mit dem Angriff auf einen Hafen der KVA begonnen. Unterstützen Sie die US-Truppen und stoßen Sie anschließend zur Mine vor, um die Geiseln zu befreien. Das ist Flugabwehr. Alles klar, let's go, let's go, let's go, Leute. Psycho, kommst du mit oder was los? Ich muss doch nicht hoffentlich alles alleine machen, oder? Ab dafür. Let's go. Einfall. Okay. Solange es kein Anfall ist. So, einmal. Kann man das kaputt machen? Ja, Mann. Geil. Alles klar. Die MP ist zwar geil, aber ich hab halt auch keine Muni mehr für den Scheiß. Lass mal kurz da hochgehen. Ist da was Geiles? Du, 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 du. Hello. Äh. Es war ja automatisch. Oh, was bist du denn? Hi. Okay. Hä? Maximale Panzerung. Äh. Muss ich jetzt die Straße lang? Ich liebe auch dieses Tag-Nacht-Rhythmus hier, äh, Systemgedöns, ne, in dem Spiel. Schon geil. So, let's go. Keine Ahnung. Ist das der richtige Weg? Da ist die Höhle, oder so. Wir müssen irgendwie da lang. Ich gehe komplett falsch. Nee, nicht mal, Mann. Ich kann da hinten hin und da ist Flugabwehr. Wir können einfach überschwimmen. Oh Gott. Maximale Panzerung. Okay, die Panzerung hilft hier nicht. Die hilft nicht. Faszinierend. Oh. Äh. Ja. Hier schon, hä? Heilige Scheiße. Gut. Also, jetzt aber. Ob das noch geht? Aua. Scheiße, scheiße, scheiße. Kahvel. Die sind so. Warum? Hören Sie auf damit. Oh. Kann ich damit noch fahren? Wieder da. Wir kommen zurück. QGT macht so ein Flussgärtchen, deswegen muss ich ihm kurz helfen. Wie cool, ein Flussgärtchen? Sweet. Voll cool. Das ist gerade ein bisschen lauter, Hone, gell? Klingt gut, Psycho. Äh, super. Viel Spaß. Wow. War ich das etwa? Das ist immer noch so logisch. Äh, hallo? In dem Aquarium, wie cool. Moment, ich habe es gerade ein bisschen stressig hier, ne? Merkt man vielleicht. Warte, ich wollte so machen. Ähm. Lass mich kurz das Gebiet räumen, dann können wir reden. Warte. Schlecht. Nein, ich hatte nur noch ein Leben. Eins. Wenn alles klappt, holen wir uns noch Mini-Fischlis und deren Arbeit ist es, ins Becken zu kacken. Geil! Was? Was? Kackende Fischis! Finde ich schön. Ah, ist doch voll schön. Penis. So. Was geht denn ab jetzt? Krieg. Krieg. Für die kackenden Fischis! Let's go! Ja! Oh! Was? Hilfe! Ohloi! Können Sie damit aufhören, sie stinken! Oh, Moni! Ah! Oh, Moni! Hör mal auf mit dem Scheiß! Danke! Nee, brauchst du nicht, jetzt! Hör halt am Maul! Oh! Was ist mit dir falsch? Oh ja! Ja! Endlich! Wait a second! Gegen Maschinenpistole ausge... Ja! Stimmt soweit! Yes, Sir! Ich brauch Sturmvisier und mach den Schalldämpfer weg! So, danke! Was denn das? Cool! Oh! Anzug ist Liebe! Alter! Spiel ist Liebe! Es ist so geil, wie es einfach von der Nacht wieder Tag wird! Dieser schleichende Tag-Nacht-Rhythmus! Wunderschön! Okay! Weiter geht's! Ich weiß nicht, ob das da vorne gut ist! Okay! Sieht sicher aus! Stoßen wir weiter vor! Stoßen! Welche Fischlees kommen denn rein? Was denn? Aha! Flugabwehrgeschütz! Na, tolle Wurst! Na, ganz tolle Wurst! Okay! Vorsichtig! Warte! Die schalten wir jetzt so aus! Was? Scheiße! Da war kein Schally drauf! Egal! Oh shit! Egal! Egal! Ganz genau! Sehr gut! Hallo Liebe! Wunderschönen guten Abend! Der Name ist toll! Maximale Panzerung! Maximale Panzerung! Wie denn? Dumm! Die KI ist seltsam! War da nicht was? Was war wo denn? Ja, wir haben Songs! Sounds! Richtig! Richtig! Wie viele Shinies hast du denn? Cutie! Mach mal ausrufe seinen Shiny! Wie viel hast du denn noch? Energiekritisch! Moment! Neutralisieren Sie die Flugabwehr! Ja doch! Wenn wir keine Bombe schicken können, sind uns die Hände gebunden! Ja, wait a second! Ich bin beschäftigt du Pflaumenkopf! Ratatatatatatatatataw Collecterung! Wie die Gugel da rausfliegen mann! So! Was haben wir denn da? Ah, ja! Moin Maisse! So ein bisschen! Immerhin du! Ein Sound geht auf jeden Fall noch an der Stelle. So, wie kann ich das kaputt holzen? Blubberbläschen, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Na, alles blubberig bei dir? Wie mache ich dich kaputt? Moment. Hubs, die Bombs! Hoppla! Boom, boom, boom. So. Willst du mich verarschen? Weg hier. Ah. Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Doch, ja. Ist so ein komischer Mäh-Tag. Aber ja, ist alles gut soweit sonst. Alles schön blubberig. Aber mich nicht, Putt, mach ein Heim, dich doch nicht. Niemals. Wenn, dann flausch ich dich, Putt. Weißt du, wie ich mein? So, weg hier. Lauf um dein Leben, lauf. Ich bin schon dabei. Ich laufe. Ich laufe. Wir haben ein fettes Problem. Lauf, 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 lauf. Speed. Solid my name, speed my game. Let's go. Äh. Weg hier. Weg hier. Tschüss. Aus dem Weg. Okay, da lang. Juhu. Oh, was geht hier ab? Tschüss, bis jetzt. Ganz genau. Jo, ich bin schon dabei. Moinsen. Ob du dumm bist. Moment. Oh, als ob der Heli jetzt da ist. Scheiße. Boah, fuck. Sind da zwei Helis? Äh. Du, 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 du. Arsch. Arschbeißen. Hilfe, was geht denn hier ab, Mann? Mann, man, mir hier. Ich hab da was gefunden. Höh. Download. Das ist ein Zombie. Alter, das ist alles laut hier. C4 klingt gut. Klingt. Sehr gut. Nicht sterben, wir machen. Wir brauchen dich doch noch. Ich geb mein Bestes. So. Mit meinem Nano-Soot ist das ja gar kein Problem hier. Warte mal. Perfectly. Die Helis sind wohl weg. Was sehr gut ist. Dann können wir hier ein bisschen aufräumen jetzt. Ah. Warte, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Vergesst und stirbt. Oh, das ging nicht. Hä? Mann, du Arschloch. Ich wollte ihn jetzt echt mit dem Hühnchen verprügeln, ne? Ey. Geht's noch? Scheiße. Gib mir das da. Was? Der ist wahrscheinlich da oben. Na, wer will. Bring mal den Müll weg. Ja. Der lebt noch. Kacke. Ja, ja. Jetzt warte halt einmal, oder? Ich bin hier beschäftigt. Zufix. Ja, Mensch. Was ist mit dir? Ich konnte nicht alles gleichzeitig. Wo ist das jetzt? Wo ist denn der? Ich komme da hoch, gell? Warte mal. Das arme Hühnchen hat gar nichts gemacht. Ja. Das ist richtig. Hey, du da. Hey. Hey. Hey, du, was machst du da? Hey. Hey. Hör zu, wenn ich mit dir rede! Sein Arsch. So. Das wäre lustig gewesen. So, mit dem Hühnchen jemanden zu töten. So, like Zelda. Hühnchen sind gefährlich. Was ist denn das jetzt für ein Präzisionsgewehr? Will ich nicht. Danke. Was liegt da geiles? Ist das ein anderes Präzisionsgewehr? Ja. Bums. Naja. Die wusste auch nicht genau, gell? Die sprachen wir zu euch nicht. Maximale Panzerraum. Das war nicht nett. Ne? Es war wirklich nicht nett, wie er uns nicht zugehört hat einfach. Hat er uns einfach ignoriert. Wirklich sehr frech von ihm. Energie kritisch. Sea Beach. Marina. Okay. Oh Gott. Kontrollpunkt. Sehr gut. Moin, meiste. Ciao. Schaut euch den Busch an. Ist okay. Fuck. Hey, die sehen mich nicht doch. Moment. Die müssen wir mal kurz rein infiltrieren, gell? Hm? Yes. Geile Position hier. Aber jetzt wäre natürlich doch ein Scharfschützengewehr ganz nice irgendwo. Oh, egal. Wir holen ja das an, okay? Das ist ein super geiles Gewehr hier. Also, pass mal auf jetzt. Yeah. Hm? So, pass auf. Puff. Maximale Panzerung. So, wir gehen mal in den Panzerungsstatus rein. Ist wichtig. Pantor, ich begrüße sie. So, was haben wir denn hier überall? Bäh! Nicht Rudolfoind! Bitte nicht! Headshot. Ich schieße dir die Eier! Ja, also. Was bist du da? Ich bin kritisch. Also, läuft! Mit dem Schalldämpfer hören sie uns auch nicht. Schiranniboh! Ach, das gibt's doch nicht! Schiranniboh! Hm, feines Töftöfters Mastobra! Dankeschön! Hey, was ist denn das hier? Hab ich dir das erlaubt? Ich glaube nicht! Ja? Sondern das! So, warte, wir machen mal wieder so. Ah, Sturmbesier. Ich liebe Waffen modifizieren, ne? Die ganze Zeit ständig tun zu können. Voll geil einfach. Reflex. Let's go! Töte es, bevor es Eier liegt. Echt so. Wo müssen wir genau hin? Ich kenne dieses Gebiet noch. Was ist das für ein Kreis da oben? Hier bin ich. Warte, einen Moment. Ich muss hier gerade mal ein Fass aufheben. Mach doch nicht so'n Fass auf! Aua! Darf ich mal da durch? Scheiße, Mann. Vorsicht! Was ist denn hier alles? Brandgeschoss! Geil! Äh, Entschuldigung. Brandgeschoss! Brandgeschoss! Boah, wie geil! MP! Splitter-Gronaden! Ah, C4! Wundervoll! Gebt das her! Das ist jetzt meins, ne? Also, was haben wir denn hier geiles? Hallo? Was? Wer schießt denn so dumm? Äh, oh Gott! Äh, Brandgeschoss-Munition jetzt erstmal? Mh, Schalldämpfer. Das sieht gut aus. Granatwerfer haben wir auch noch. Wir machen mal einen taktischen Aus... Ne, wir machen... Ne, passt schon alles. Hä, ist ja megageil jetzt. Boah, Alter. Ich mag Züge, die machen TÜV, TÜV. Manche machen... Mäh, Mäh, Mäh. Züge sind toll. Ich mag Züge. Ciao. Boah, haben wir jetzt ne Waffe, Alter. Mega gut. Und C4 an der Stelle sogar. Splitter-Flashbang. Ohne Flashbang? Geil. Entschuldigung, das wollte ich nicht ausrüsten. Hallo? Renne! Das Visier ist falsch. Einen Augenblick. So, danke. Ich spar doch mal die Feuermunie auf, ne? Für schlechte Tage. Was kannst du denn? Laser-Visier. Let's do this. Warte. Ah, da seid ihr also. Och, das gibt's doch nicht. Stirb doch einfach weg. Du Sau. Hey, da ist ja noch jemand. Hey, das ist Psycho, oder? Moinsinn. Stirb. Sterben sollst du? Was ist mit dir? Hä? Ist das nicht auch ein Luftabwehrgeschütz hier? Ja, war klar. Zombies. Echt so. Jetzt hat er genau auf das Fass geschaffen. Geschafft, geschafft. Fünften. Nee! Oh! Alles von vorne. I hate it so much. Boah. Das ist wieder hässlich. Du hast voll das süße Lächeln. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich mach euch fertig. Jetzt hab ich auch meine Brandmuni und so nicht mehr, ne? Voll für den Arsch. So, jetzt nichts wie rein hier. Moin! Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Nein, du lädst jetzt nicht nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Gib mir mal ganz kurz das hier. Laservisier. So. Keine Muni. Toll. Entschuldigen Sie. Ich bin hier beschäftigt. Okay. Wir machen den Panzerung.